Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Let's Retro Transport Taikun Deluxe. Hups, bumm, sind hier noch Pause. So. Dumm, 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 dumm. Stoke it. Ich habe ein neues Aufnahmeformat gefunden, das ich viel lieber mag als das alte. Deswegen gibt es jetzt immer etwas später Folgen, weil es ungefähr ein 10 mal so groß ist wie das alte. Dafür aber auch viel schöner. Ich hoffe, das habt ihr auch schon bemerkt. Würde mich zumindest freuen, wenn ihr es wertschätzt. Denn es ist schon etwas aufwendiger. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich hier auch weiter mit meinem Modernisierungs- What the fuck? Was ist das denn für ein Flughafen? Warum habe ich so einen Flughafen? Crazy. Das habe ich noch nie gesehen. Was soll das denn sein? Flughafen? Interkontinental. Ha. Interessant. So, da haben wir direkt die nächste Bahnverbindung. So, ab ins Depot. Gibt man Stoff hier. Äh, da. Mein Gott. Wupp. 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 So. Wupp. So. Huch. So. Was mache ich denn da? Huch. Ja. 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 Zack, zack. Und los geht's. Wasser konnte man da ja nicht umbauen. So. So. Was haben wir hier für eine Bahn? So. Einmal kurz. Die Pö. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ah. So. So. Äh. Wupp. So. Warte. Drei. Dann mache ich. What? Was ist das? Pfff. Klar sieht geil aus. So. Was bist du hier für ein Zug? Was bist du hier für ein Zug? Oh krass. Cool. Du bist ja schon fast fertig. Boah. Yay. Was? Oh krass. So. Auch du gehst in den Deport. So. Und dann. Wirst du mit acht Waggons verschrottet. Gut. Und es kommt natürlich ein neuer dazu. Abfahrt. So. Und damit es einfach schneller geht. Kommt. Äh. Hier auch ein Depot. Ja. Kommt natürlich. Hier auch ein Depot hin. So. Bauernhof kündigt Fließung an. Der ist schon lange weg. So. Jetzt haben wir hier. Alles schon umgebaut. Das ist alles schon umgebaut. Da. Hier. Mensch. Und. Überspringen. Und ab ins Depot. So. Mit 14. Krass. Äh. Äh. So. Äh. 14. 14. Was nennt sich das? Obst. So. Und Abfahrt. wird und taubert etwas weggewechseln müssen. Ääääh. Da. Ääh. Hmm. So. Hm. Und wie kann ich wieder sehen. so der kann weg hier 14 14 mal frucht ja ab geht's so er macht die konkurrenz den blick habe ich heute noch ganz vergessen alter schwede die firma noch gibt eine neue straßenmann das gibt es doch gar nicht wieso gibt es die denn immer noch krass also langsam unfassbar ich habe ich eigentlich so ein firmenwert firmenwert die kohle verdächtig nah ran wir sind übrigens jetzt schon in der zukunft 2012 16 april bei 200 millionen kaufe ich sie auf so es dauern die denn für behinderte strecken naja oh je sie ist schon wieder na muss man wieder bäume nachpflanzen ja hier habe ich auch alles ausgebaut ist das hier oh hier habe ich voll vergessen genau wie was so das wollte ich natürlich Okay, so. Dann, äh, höh. Also, jetzt. Acht Stück. Peng weg. Peng rein. Neue Fahrzeuge. So, äh. Ähm. Was hast du nochmal transportiert? Entschuldigung. Kautschuk. Ach, jetzt bin ich viel zu viel. Ja. Das hab ich auch nicht umgerüstet. Egal. So. Mein Jot. Was gibt es denn hier noch? Was? Was? Was ist das denn? Nina. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja. Das war's für heute. 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 So, da kommt jetzt ein bisschen. Das ist so great. Das war's für heute. Jetzt bin ich reich. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Retro Open Transport. Das war's für heute. Und wir sehen uns, tschü'n, 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 tschü'n. Das war's für heute.